Rüger, das geht tiefer! Fünf und sechs und sieben und acht und neun und zehn und elf! Jungmann Glan, drei Schritte vorgedreht! Hol deine Matratze. Lass die Hose runter. Was? Du sollst die Hose runter. Himmel, Herr Gott! Und jetzt bis. Na, wird's bald! Ganz viel. Jungmannen, wir machen jetzt Hocke-Stütz-Sprung. Vorgedreht! Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Alle springen so lange, bis der Jungmann hier gepisst hat. Drei, vier, fünf, sechs, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Alle halten! Nehmt Haltung an! Bedankt euch bei ihm! So, und jetzt nimm deine Matratze und geh mir auf den Arm! Kamerad! Schmeich.